Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Wenn du das Traden professionell erlernen möchtest, dann kannst du dich für mein Privat-Einzelcoaching 10.000 Euro pro Monat bewerben. Britisch Pfund, Australisch Dollar. Sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Dann würde ich einsteigen. 2. Malzahn. 1. Malzahn. 1. Malzahn. 1. Malzahn. 2. Malzahn. Noch ein bisschen müsste der Kurs fallen. Jetzt steige ich ein, gleich nochmal und nochmal. Und nochmal. Aktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Die ersten drei Trades habe ich gewonnen. So. Vielen Dank. Perfekt, der Kurs steigt noch weiter. Doch 10 Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.